Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit eingeschaltet habt. Heute das Thema, die neuen Maschen der Telefonbetrüger. Unerwünschte Anrufe sind nicht nur nervig, sondern können auch teuer werden. Der Betrug mit Telefonspam bleibt ein lohnenswertes Geschäft. Diese neuen Betrugsmaschen sind derzeit populär. Auch 2022 versuchen sich Telefonbetrüger mit neuen Spam-Tricks. Oder sie greifen auf altbewährte Taktiken zurück. Welche neue Vorgehensweisen aus den USA nach Deutschland kommen, erzähle ich euch jetzt. An die Telefonnummern ihrer potenziellen Opfer kommen die Betrüger oft, indem sie komplette Adressdatensätze mit Telefonnummern kaufen oder Rufnummern automatisch nach dem Zufallsprinzip anrufen lassen bzw. einfach den ganzen Rufnummernblock durchtelefonieren, egal ob die Nummern gehen oder nicht. Die Aufgabe kann ein Automat übernehmen. Um eine Rückverfolgung zu vermeiden und möglichst unbekannt zu bleiben, nutzen Spam-Anrufer ausländische Telefonnummern und rufen Verbraucher mit verschiedensten Vorwahlen an. Besonders in der Ferienzeit ist diese Methode beliebt und die Gefahr hoch, den Betrügern auf den Leim zu gehen. Könnte es sich jedoch bei dem Anruf um einen Notfall von Freunden, Bekannten oder Verwandten handeln, die gerade auf Reisen sind. Experten raten daher, erst zu überlegen, ob es wirklich einen triftigen Grund für einen Anruf aus diesem Land gibt. Der Spitzenreiter für ausländische Anrufe 2021 war das Vereinigte Königreich. Die Vorwahl plus 4-4 ist die Nummer eins der ausländischen Spam-Anrufe und löst damit Österreich als Tabellenführer 2020 mit der Vorwahl plus 4-3 als Tabellenführer ab. Doch auch Anrufe aus der Schweiz mit der plus 41, den USA mit der plus 1 und Italien mit der plus 3-9 versuchen die Betrüger häufiger ihr Glück. Bei diesen Vorwahlen ist also stets Vorsicht geboten. Aber das ist noch nicht alles. Vorsicht, wenn die 110 oder die 112 bei euch zu Hause anruft. Ebenso bedienen sich die Betrüger regelmäßig der Schock-Anrufmasche. Sie geben sich am Telefon als Vertrauensperson aus und wollen mit erschütternden Informationen und vermeintlichen Unglücksfällen spontane Ursprungshandlungen bei den Angerufenen erzeugen. Besonders gut funktioniert dieser Trick, wenn schon auf der Displayanzeige von eurem Telefon die Notrufnummer 110 angezeigt wird. Aber Achtung! Diese drei Ziffern sind lediglich eine Kurzwahlfunktion. Für Menschen in Notsituationen sollte die Polizei Anrufe tätigen, erscheint wie bei anderen auch eine herkömmliche Telefonnummer mit ganz normaler Ortsvorwahl. Wer also die 110 oder die 112 im Display auf seinem Telefon sieht, kann den Anruf getrost ignorieren. Die Europol-Fakemasche. Sehr populär unter den Telefonbetrügern ist derzeit die Europol-Masche. Wie eine Welle scheint diese Masche derzeit über Deutschland zu schwappen. Bei der Bundesnetzagentur soll schon zehntausende Beschwerden bezüglich dieser Masche eingegangen sein. Hierbei hört der Angerufene zuerst eine angebliche Bandansage von Europol, in der er darüber informiert wird, dass er Opfer eines Identitätenklaus geworden sei. Um weitere Informationen zu erhalten, soll dann eine Taste gedrückt werden. Im Gespräch berichtet die vermeintlichen Europol-Beamten dann von verdächtigen Kontobewegungen im Namen des Opfers. Um das eigene Konto zu schützen, soll man doch sein Guthaben auf ein spezielles Europol-Konto überweisen. Dass das hier nur Fake und Quatsch ist, ist, glaube ich, klar. Wenn man darüber nachdenkt, dass man sein Geld auf ein fremdes Konto in Sicherheit bringen soll und nicht auf seinem eigenen. Aber gut, scheint ja zu funktionieren. Unerwünschte Anrufe von Apple und Amazon. So schnell wie Online-Einkaufen bei Amazon abgewickelt ist, tja, führen auch vermeintliche Amazon-Mitarbeiter in den USA gutgläubig hinters Licht. Betroffene werden telefonisch auf einen nicht-autorisierten Einkauf bei Amazon und die damit verbundene Rückerstattung hingewiesen. Dabei fiel angeblich die Rückerstattungssumme zu hoch aus. Und der Angerufene wird aufgefordert, die Differenz zu begleichen. Ein Amazon-Mitarbeiter bat sogar einmal um Hilfe, da ihm eine Kündigung drohte. Sollte das Geld nicht beglichen werden. Also das heißt, zum Verständnis, der Mitarbeiter, also der vermeintliche Amazon-Mitarbeiter, sagte, ich werde gekündigt, wenn sie das jetzt nicht begleichen. Schon Wahnsinn. Man spielt hier also mit dem Mitleid der Leute. Ähnlich verhält es sich bei mysteriösen Apple-Angestellten, die von einem kompromittierten, also einem geklauten iCloud-Konto, also das Konto von eurem Apple-Gerät, oder einem kostenlosen iPad-Gewinn erzählen. Um im nächsten Schritt zu versuchen, Zugangsdaten zu den Konten der Betroffenen zu erlangen, also die echten Zugangsdaten zu eurem iPhone. Hierzulande probierten es die Spam-Anrufer oft aus als Microsoft-Mitarbeiter. Diese Masche ist hierzulande dann doch schon bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Betrüger sich auch hierzulande als Apple- oder Amazon-Mitarbeiter ausgegeben haben oder bald ausgeben werden. Also seid skeptisch, wenn plötzlich Apple, Amazon, Microsoft oder vielleicht die Polizei bei euch direkt zu Hause anruft. Und hier kommen wir auch zu den betrügerischen Anrufen vom BKA. Das Telefon klingelt und eine Computerstimme meldet sich. Und dann ist ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamts dran, also das BKA. Ihre Ausweisdokumente wurden bei einem Verbrechen benutzt. Und melden sie sich bei der folgenden Nummer. Die meisten Angerufenen stellen sich dann die Frage, hat sich jemand an meinem Ausweis vergriffen? Nutzt ein Krimineller meinen Namen? Nach dem Schreckenanruf sind viele, die hier ihre Nummer angeben, schon in dem Strudel drin. Dabei handelt es sich um einen Spam-Anruf der ganz üblen Sorte. Verbraucher sollten deshalb vor einem Anruf prüfen, ob die genannte Nummer wirklich zu der Polizeidienststelle gehört. Das heißt, euch ruft ein Automat an, erzählt euch automatisch, dass ihr an einem Verbrechen quasi beteiligt seid mit euren Ausweisdokumenten. Und ihr sollt euch zurücknehmen oder eure Nummer dort auf den Anrufbeantworter quatschen, damit euch dann wieder jemand anruft. Die Telefonnummer, die da am Display steht, die kann man ja bei Google eingeben und gucken, was bei rauskommt. Kommt dann nicht die Polizeidienstbehörde aus der Umgebung raus, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es nicht die Polizei ist. Nun ja, und dann der Telefonspam-Klassiker, der Enkeltrick. Tja, man kennt ihn schon. Quasi der, tja, ja, der bekannteste Trick, würde ich fast sagen, unter den Spam-Maschen ist der sogenannte Enkeltrick. Bei den, tja, betagteren und leichtgläubigeren Senioren ausgetrickst werden. Tja, man möchte es fast nicht aussprechen, aber die Enkeltrickmasche, die kennt man ja leider schon. Dabei werden die Betroffenen aufgefordert, eine hohe Geldsumme zu überweisen, mit der Begründung, dass sich ihr Enkel in Schwierigkeiten befindet. Auch Mietkosten oder notwendige Anschaffungen sind hier oftmals die Begründungen, warum man eine kleine Finanzspritze von der Omi oder vom Obi braucht. Der Erfolg des Tricks beruht auf der Gutgläubigkeit der Menschen. Tja, wie die meisten Betrügereien eben auch. Und immer noch die aktuellste bekannte Masche, die wir hier auf dem Kanal nun wirklich schon quasi aus dem Hals hängen haben, aber die Bitcoin-Masche. Tja, Bitcoin-Telefonspam-Falle. Telefonbetrüger versuchen oftmals auch mit ausländischen Telefonnummern Verbrauchern Bitcoins anzudrehen und gaukeln eine Online-Registrierung vor, wo man angeblich dann reich wird mit. Tja, hier kennt man die aggressiven Vorhergehensweisen von den Betrügern schon genug. Man braucht sich bloß die Videos aus der Playlist Telefonabzocker anschauen. Hier gibt es jede Menge Beispiele, wie dieser Betrug eigentlich wirklich abläuft. Im Grunde genommen wird man nur angerufen, man hat angeblich sich bei irgendeinem Konto registriert und man will das Konto mit Geld aktivieren. Meistens geht es hier dann tatsächlich um den Bitcoin, dass man Bitcoin kaufen soll. Dass man im Grunde genommen eigentlich nur das Geld direkt an die Betrüger überweist und nichts dafür bekommt, tja, das erzählen sie einem nicht. Grundsätzlich kann man sich eigentlich nur schützen, indem man alle Telefonnummern, die da so anrufen, mit denen man nichts zu tun haben will, immer wieder blockiert. Problematisch ist das hier, wenn die Betrüger mit Rufnummernspoofing, also mit gefälschten Telefonnummern bei euch anrufen. Hier ist quasi keine Chance. Wenn der Betrüger das nächste Mal mit einer neuen Rufnummer anruft, naja, dann kommt der natürlich durch, wenn eine andere blockiert wurde. Da hilft tatsächlich nur, am Telefon einzustellen, dass grundsätzlich nur Kontakte bei euch anrufen dürfen. Die Funktion bietet mittlerweile eigentlich jedes Handy. Viele Festnetztelefone haben das mittlerweile auch. Ansonsten bleibt nur die ganz einfache Variante, ich gehe halt nicht ran, wenn ich die Nummer nicht kenne oder lege halt direkt wieder auf. Das ist der sicherste Schutz, den man hier hat. Natürlich ist das blöd, wenn man hier jetzt dann doch einen wichtigen Anruf erwartet und dann aus Versehen so einen Spam-Anruf annimmt. Hier muss man einfach nur auflegen. Sobald man merkt, das ist nicht das, was ich eigentlich am Telefon hören wollte und es ist auch nicht der Anruf, den ich erwartet habe, sagt denen einfach, ruf nie wieder an und legt auf. Das ist der einfachste Weg. Und selbst wenn die dann immer wieder anrufen und wieder anrufen, es bringt nichts, wenn ihr wieder rangeht und mit denen weiter diskutiert. Im schlimmsten Fall zieht ein Stecker, macht das Telefon aus und wartet eine Weile. Irgendwann hat der Anrufer keinen Bock mehr, euch weiter zu terrorisieren. Ich hoffe, dass euch die Infos wieder ein kleines bisschen geholfen und weitergeholfen haben vor allem und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist leider auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf eins der letzten Videos hier direkt in der Playlist. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.